Starten darf beim ÖGV. Man kann sich ja irgendwie qualifizieren. Starten darf sehr viel, schon nur fürs Finale. Also sie darf starten, aber darf dann nicht ins Finale, oder was? Oh, du bist sogar schon automatisch im Finale. Hast du alle schon? Ich muss ja bei der Linie aufpassen. Die Zeit...